so servus leute da sind wir wieder bei den ganzen nackten dorsys hier wir wollten einen garten der grüter er war ja hier hinten ja wir waren schon quasi davor so much as i'd love to shoot the shit with you tryhards sheriff daisy said to let you go on in so go on give them marshal lupinski i expect you to moderate your language in the presence of a young lady my apologies miss west i meant no disrespect best of luck to you and your companions here no room for amateurs in this town you hear no room dann mal atzake sicher bin ich mir nicht aber wir gehen jetzt einfach mal rein spiel gespeichert die dorsys glauben sie wären die vorboten der flut des blutes einer riesigen katastrophe die die letzten reste der alten welt fortspülen wird hello whoever just came up from the city come in this is bellamy ward i there are dorsys all over the garden i'm pinned down on a high ledge can you reach me can you reach me lauf zu plappern komm uns dicht in die quere und lass die dorsys unsere sorge sein wieso choren because i said we're going to look for money wieso but i mean is it safe i you want the my how we and found me Howard role identified a bad Und von da? Oder wir kommen auf! Du willst nicht das machen! Oh ja? Warum nicht? Ich habe das ganze Ort zu schrauben, das ist es! Ich sehe nicht... Hey! Woher kamst du? Du gehst die Hölle aus, oder du bist tot! Verwärter Wissenschaft. Du sagst, ich bin ein Kind? Du bist derjenige, der in für ein Wooppen ist! Ich hole dich! Und ich hole dich! Ich hole dich! Verwärter dich! Ich hole dich! Ich hole dich! Oh! Und ich hole dich! Ich hole dich! Oh, es gibt sie in Butterfly. Bam. Nicht genügend AP. Eis. Eis war... Sniper, ne? Deckung. Wo finden wir denn Deckung hier? Fünf AP. Luca, wie viele Schuss brauchst du überhaupt? Drei. Oh, das ist Bluten. Das ist so abgefuckt. Nervig, ne? Los, Ziege! Wow. Nicht schlecht. Dreiundsechzig. Zu weit, zu weit. Äh, du bist der Sniper. Sechzig, sechzig. Bam, Arm abgeschossen. Geil. Das ist schon ein bisschen blutig, das Spiel. Zack. Fick dich. Ziege, Attacke. Ähm... Schade. Siebzig Prozent. Probieren wir mal. Ah, die Ziege könnte jetzt den Rest machen. Ähm... Der Junge hier ist völlig verdreckt und zittert vor Kälte. Seine Augen sind, äh, vom Schock weit aufgerissen. Oh, Gott. Did the Patriarch send you? I'm sorry, I'm sorry. I-I need to warn you. The Dorseys are gathering up ahead between the Gateway rocks. Bellamy. Bellamy, look at me. Have you seen my family? Are they here? Lucia? I-I thought you were with your family. Oh, thank God you're not. Thank God. They went up ahead with their hostages, but... Lucia, I heard gunfire and screaming. You need to be ready for the worst. If they've done anything to my people, I'm going to end them all. Your Augen fühlen sich mit Tränen. Sie dreht sich wütend um, als sie bemerkt, dass ihr sie anseht. Please do. I'll tell whatever I can to help. It's not much, but... God, no, I was stalling for time. If I had a few hours in the right chemicals, though, I could have prepared quite a surprise for them. I think they took everyone to their camp, just past the Gateway rocks. What about my family, Bell? Last I saw them, they were all right. They were scared and a little banged up, but they were still alive. My name is Bellamy Ward. I'm a scientist. I invented the solar collectors and experimental farms on top of the rocks. I was calibrating the solar arrays when the Dorseys came through here, herding their hostages with them. So I hid up here and kept out of sight. They're savages. Animals. They beat those people. Laughed at them when they begged for their lives. The kids were screaming, so they beat them, too. Then they dragged them off further on, toward their camp. A while ago, we found some old, non-functional solar panels from before the Deluge of Fire. I couldn't figure out their function at first, until I recovered a micro-circuitry board and developed a laser spectrography process. I realized that I could help solve some of the electrical generation issues that have always been a problem for the city. Okay. Touch me up! Oh, God. Oh, God. Na, das kann ja noch lustig werden. Ist hier oben noch irgendwas? Oh, da ist noch eine Kiste. Oh, ein Flammenwerfer. Okay. Ah, Mechanik. Mechanik. Der Biestmaster? Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, wo geht's hin? Hier. Was ist denn das? Eine Schrumpfgranate. Die Wissenschaft, die das Gerät entwickeln, wollten so besessen beweisen, dass sie es können. Dass sie nie darüber nachdenken, was sie finden. Schrumpfgranate. Ne? Du hast eine gruselige Puppe gefunden. Gruselige Puppen sind Puppen mit einer gruseligen Optik. Die allerdings auch mächtige Boni für deinen Trupp gewähren. Wenn du diese einsammelst, wirst du für den Rest deines Spiels davon profitieren. Okay. Das Archiv. Gruselige Puppen befinden sich nicht in deinem Inventar. Du kannst sie stattdessen. Ebenso wie alle gefundenen Kassettentonbänder und Tutorials in deinem Archiv für ein Öffnungsarchiv. Okay. Okay. Brauche ich denn hier Archiv? Archiv. Kassett. Alles klar. Gruselige Puppen. Wahrnehmung plus eins. Okay. Okay. Oh, ein Fuchs. Okay, du. Ich will den Fuchs haben. Die Ziege, ja, bla bla bla. Die Ziege windet beide Köpfe ab und bleibt stehen. Oh, ich will den Fuchs haben. Ob das so clever war? Ich hab keine Ahnung. Ranger Hauptquartier. Ich spalte ihn jetzt einfach mal über. Ach schon, okay. Okay. Schärfschütze warst du, ne? Okay. Du klappst erstmal etwas weiter hinten, ne? Die Frage ist, wo du hingehst. Wo ist da? Schwierig. Ich hab keine Ahnung, der soll eigentlich da hin? Schauen wir mal. Was? Du bleibst doch erstmal etwas weiter hinten. Komische Beastmaster. Ups, 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 Ups. Granaten, habe ich Granaten. Rauchgranate. Doch hier, Schrumpfgranate. Ausrüstung im Kampf nicht möglich, okay? Außer Heischweite. Zauber, Zauber. Ja, das gibt es doch gar nicht. Wo ist Füchschen? So, du hast mehr Schaden gegen Tiere gemacht, ne? Ja. Jawoll! So, ähm, da ist auch in Deckung. Was ist mein Fuchs in Ruhe? Ja. Auf die Erde. Wie Fisch in den Bären. Schade. 8.50. Jawoll! Passt rein! Sau geil. Das war ja richtig easy. Easy. Neues Füchschen haben wir. Oh, Fahrzeugverzierung. Geil. Schottrüstung. Leuchtender Schleim. Leuchtender Schleim. Dieser grüne leuchtende Schleim ist mit Sicherheit in grenzender Wahrscheinlichkeit radioaktiv. Toxische Stacheln. Schade. Elftes Schleim. Es ist ein wenig Needfest. Nein. Was ist das? Wer blutet? Die Frage ist jetzt... Die will ich mir auch noch holen, gibt alles auf Fahrer oder? Wo sind sie? Wo sind sie? Ups, ups, ups So, probieren wir lieber studieren, ne? Alpha Verlangsamt Nicht genug AP Egal, er blutet Oh, der könnte hops gehen Nein, das reicht nicht mehr Huuu, Schwein gehabt Füchschen kommt nicht durch Boah, auf jeden Fall eine deutlich bessere Nahkampfwaffe Und mehr Aktionspunkte Ähm... Ah, hier, komm Der lebt noch? EINEN Lebenspunkt? Ähm... Kommt dann? Mal durchsuchen, bitte Okay, hier liegt ja gar nichts besonderes Ich dachte, hier liegt noch irgendwas cooles Die Oberfläche der Photonen, bla 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 Sieht so aus, als sei sie einfach zu bedienen Die meisten abläufen automatisiert Das Sammeln von Photonen steht auf der höchsten Einschirm Momentan wird eins angezeigt Auf dem Bildschirm wird eine animierte Blume angezeigt Die sich in sanften Strahlen der Sonne badet Okay Okay Ohhhh Okay Ja, hätte ich das mal vorher gewusst, ne? Dumm gelaufen Ja W- Was... Was ist in dem Pid? Der Geruch von verkohltem Fleisch und verbrannten Haaren Barbert aus der Grube Dampfende Körper Verzehrt von Schmerzen Oder postmortalen Muskelkrämpfen Liegen verdreht übereinander Oh mein Gott Es ist unmöglich, die Leichen zu identifizieren Aber es scheinen sowohl Erwachsene als auch Kinder unter ihnen zu sein Lucia starrt auf die Körper Ihre Knöchel zeichnen sich weiß auf den Griffen ihrer Pistolen ab Sie atmet stoßweise Oh Gott Ich weiß nicht, ob sie hier sind oder nicht Ich kann nicht... Komm schon Lass uns die Monster finden, die das gemacht haben Am Rand der Grube scheint ein Kindsgroße Leiche etwas zu umklammern Als wolle sie es beschützen oder verstecken Ah... Dann flippt sie glaube ich völlig durch, wenn da wirklich was ist, ne? Aber eigentlich, wir müssen ja wissen, ob sie tot sind Das... Das... Das war eine der Schuyler-Gerlen... Ich denke... Es scheint, wir sollten sie allein verlassen Es fühlt sich sehr viel wie ein Grave robben Lucia wendet sich ab Es sieht so aus, als ob es... Als ob ihr schlecht wird Du ziehst das Binde aus dem verkohlten Arm des Kindes und nimmst das, was darin eingewickelt ist Was haben wir denn jetzt eingesammelt? Äh... Keine Ahnung Ich habe nicht aufgepasst, was wir eingesammelt haben Ich habe nicht Ich bin Isaac Reed. Aufgrund von allen uns hier, möchte ich unseren unkonditionellen Veränderungen geben. Als Proof unserer Goodwill, möchte ich euch sagen, dass die Kulperten in die Stadt mit Hilfe von Ferran Braigo und... und... Isaac, wie könntest du... Wie könntest du mit diesen Leuten in die Hand nehmen? Wie könntest du meine Familie nehmen? Wo sind meine Eltern und meine kleine Brüder? Sie sind... Sie sind in der Grave. Du hast auf der Weg hier verletzt. Sie haben nicht zufrieden, Lucia. Ich versuche. Baby, schau mal. Ich wollte es nicht so gehen. Ich versuche sie zu retten. Ich habe wirklich zu retten. Ich versuchte... Stop. Talking. Right. Now. Jetzt. Haben wir den Kindern geholfen? Dass diese Leute tot sind? Du scheißkerl hast ihnen geholfen, Miss Jens Familie. Und du willst unsere Vergebung? Du hast nicht... Wir... Wir waren im Rett. Wir haben... Wir haben... Wir waren im Rett. Wir haben... Wir haben die Patriarchen geholfen. Wir haben nicht gesagt, was sie mitnehmen. Was auch die anderen Leute sie verletzten? Oder war das Teil gut für dich, Isaac? Es war Nelius Dorsey. Er war für deine Familie, Lucia. Deine Familie, besonders. Das ist das, warum ich dich aus deinem Haus, bevor der Raid kam. Ich wollte nichts mit dir passieren. Du willst nichts mit mir passieren? Also, du lässt die Savages abduchten und verletzten meine Familie. Du wüsstst, was sie für mich bedeutet. Du wüsstst, was ihre Verlust würde für mich. Aber du bist noch lebend, Lucia. Du siehst nicht? Du bist noch lebend und das ist das, was die meisten für mich ist. Was ein Wichser. Er erfuß. Er nahm ein paar Fahrzeuge und ging nach links in die Mauten. Ich glaube nicht, dass er wieder zurückkommt. Wir sind unter den Patriarchen für 50 Jahre. Wir sagen, dass die 100 Familien sind, aber es ist wirklich nur seine Familie. Nur ihn. Ich weiß, dass du denkst, dass ich ein faszinierter Idealist ist, aber diese Gesellschaft ist verrückt. Es muss sich verändern. Es muss sich verändern. Die Faren Braigo's gang geholfen hat sie in die Stadt. Ich weiß nicht, wie oder warum. Und ich hörte Nelius sagen etwas über Liberty Buchanan, die Patriarchen, der Vater der Patriarchen. Ich glaube, sie wird in die Colorado Springs attackieren. Es klingt, wie sie eine Armee in den Plänen sammeltet. Es ist etwas viel schlimmer als die Dorseys. Ich habe genug gehört. Wenn deine Betreuung meiner Familie nicht zufrieden gewesen wäre, wäre deine Tränschung hier bestimmt. Im Namen des Patriarchen. Ich schaffe dich. Entschuldigung. Ihre Stimme zittert, doch ihre Hand tut es nicht. Ihr habt nicht mal gesehen, dass ihre Pistole gezogen hat. Bitte, Lucia. Ich habe das für dich getan. Alles, was ich immer gesagt habe, war, zu helfen, eine bessere Welt für dich zu bauen. Für alle von uns. Ich kann dir nicht sagen, wie viel ich mich erinnere. Bitte, nicht töten mich. Bitte. Er kniet. Rotz, rinnt ihn aus der Nase. Ein besserer Weg. Ich kann nicht über einen denken. Nicht nach dem, was er mit meiner Familie hat. Wir verhafteln ihn, äh, wir stellen sicher, dass der Gerechtigkeit genüge getan wird. Ja, wir lassen ihn gehen. Ach, eigentlich kannst du ihn ruhig auch knallen. Du bist hier nicht das Gesetz, Lucia. Du bist nicht mal die Vertretung. Das ist unser Job und wir sagen, er ist verhaftet. Nach einem langen Moment senkt Lucia die Pistole und wendet ihren Blick ab. Tränen laufen über ihr Gesicht. Seine Stimme ist kaum einflüstern. Wir haben uns in, äh, Dorsis gekümmert und um mehr Rebellen verhaftet. Schickt ein Team, um sie so schnell wie möglich abzuholen. Wir haben uns um die Dorsis gekümmert. Wir würden Sheriff Daisy und den Marshals gerne einige Gefangene übergeben. Ah, okay. Ah, okay. Jetzt können wir die Gefangenen nach uns bringen. Oder zu den, ähm, nach Sheriff Daisy. Äh. Ob da jetzt wohl auch irgendwas mit dem Ruf zu tun hat? Je nachdem, wie ich mich jetzt entscheide. Rein theoretisch gesehen, die haben ja, äh, Colorado Springs angegriffen. Haben da Menschen getötet, die Gegner... Rein theoretisch würde ich sagen, ab nach Sheriff Daisy. Ich bin froh, dass sie das Team November hören, so wie ich bin. Gut, dass sie diese B******* bekommen. Über und aus. Okay. Wann haben wir denn hier? Zwölf bis sechzehn, okay. Okay. Exoknie. Plus eins Panzer. Dieses Lager ist nur ein paar Tage halt. Anscheinend haben sich die Dorsis vor dem Angriff in der Stadt hier versammelt. Auch geil. Okay. Dann sind wir hier durch. Das war mal wieder ein bisschen actionlastig hier, ne? Und, äh, ein paar Verräter gefunden und so. Hier ist noch ein bisschen Müll. Ähm, ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.